Der thüringische Umweltminister Bernhard Stengle, Grüne, hat die beiden AfD-Landeschefs Björn Höcke und Stefan Möller wegen Volksverhetzung angezeigt. Ich habe gegen Björn Höcke und Stefan Möller stellvertretend für die AfD in Thüringen Strafanzeige gestellt wegen Volksverhetzung. Der Anlass ist das Gedicht, das Sie in Ihrem Wahlprogramm auf Seite 3 abgedruckt haben, für Thüringen von Franz Langheinrich. Die von dem grünen Politiker beauftragte Anwaltskanzlei begründet dies damit, dass die AfD in ihrem Programm zur Thüringer Landtagswahl ein Gedicht des Lyrikers Franz Langheinrich zitiert habe. Dieser Liedermacher sei ein glühender Nationalist und Mitglied der deutschen Kunstgesellschaft gewesen. In der Anzeige, die Stengle auf X veröffentlichte, wird zur Begründung ausgeführt. Durch den Abdruck des Liedtexts sowie die namentliche Nennung des Autors Franz Langheinrich haben die Beschuldigten als Vertreter des AfD-Landesverbands Thüringen Öffentlich den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch gestört, dass sie die nationalsozialistische Gewalt und Willkürherrschaft billigen. Stengle erklärte, er setze mit der Anzeige ein Stoppschild. Das Abdrucken eines nationalsozialistischen Künstlers zu Beginn des Wahlprogramms sei eine weitere Grenzüberschreitung der AfD. Zu unserem gesellschaftlichen Konsens gehört die klare Abgrenzung zu den Verbrechen der Nationalsozialisten. Jede Verharmlosung und Relativierung, jede Verherrlichung oder Rechtfertigung ist zu Recht verboten. Der AfD-Landesverband Thüringen äußerte sich im Namen von Höcke und Möller. Die Anzeige sei ein Missbrauch der Justiz und ein Versuch des grünen Spitzenkandidaten Stengle, seinen eigenen Bekanntheitsgrad auf Kosten der AfD zu steigern. Am Gedicht Langheinrichs sei nichts, aber auch gar nichts Verwerfliches oder gar Volksverhetzendes zu erkennen.